Hallo, eine kurze Ankündigung. Wir waren vor einiger Zeit in der Redaktion vom Explorer Magazin in Lübeck und jetzt zwei Monate später, genau heute, ist das Explorer Magazin in den Kiosken zu erhalten. Das freut uns voll, weil es gibt darin ein Interview mit uns, sechs Seiten, ziemlich viele Bilder und so die Gedanken, die wir uns gemacht haben zur letzten Reise und ein bisschen zur nächsten Reise. Wir haben es heute zum ersten Mal selber gelesen und fanden es ganz gut. Ja, also es freut uns sehr und ja, das kann man sich mal anschauen. Im Heft gibt es dann auch so einen Link zum Video von unserem ganzen ungekürzten Interview, das eine Stunde 20 lang ist. Also wenn man sehr viel Zeit hat und sich das anderen möchte, kann man das auch tun.